Hey, meine Radbocken und herzlich willkommen in dieser wunderschönen Küche. Aber die Küche hat es in sich, denn wir spielen den Cake-Clicker. Wir müssen heute Multimillionäre werden mit Hilfe eines Kuchens. Mit dabei ist Kuchenexpertin Awesome Elinsky. Wanski! Wie ihr unschwer kennen könnt, haben wir hier zwar Mehl und wir haben ja auch so eine Rolle und wir haben ja auch eine Herdplatte und alles, aber es ist kein Kuchen da. Wie soll man denn mit einem Kuchen-Clicker Geld verdienen, wenn kein Kuchen da ist? Das heißt, wir müssen uns hier erstmal einen Kuchen kaufen. Und jetzt haben wir hier einen Kuchen. Wenn wir diesen schlagen, bauen wir den langsam ab. Wir machen einen Schaden. Rechts seht ihr, wir kriegen die Kuchenpunkte. Und wenn wir den fertig abgebaut haben, kriegen wir nochmal einen Bonus und dann kommt ein neuer Kuchen. Boah, eigentlich ist das... Wir brauchen aber ganz schön lange hier. Ich muss... Ja, das hat einen Kuhlaun. Die Zahnbürste! Das hat einen Kuhlaun. Die Zahnbürste muss ran. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was es mit der Zahnbürste auf sich hat, Leute. Kurze Zusammenfassung der Zahnbürste. Jemand, ein Deutscher, hat eine elektrische Zahnbürste auf seine Maus gespannt, hat die dann angemacht und durch diese Vibrations hat er dann 1000 Klicks die Sekunde gemacht. Das ist die Zahnbürste. So, wir haben 30 Kuchenpunkte, Elina. Und das ist genug, um einen Löffel zu kaufen. Wir kaufen mal einen Löffel. Ah, diesen Löffel können wir jetzt benutzen, um weiter Punkte abzubauen. Mit diesem Löffel mache ich jetzt plus zwei. Also ich mache doppelt so viel Schaden. Das ist natürlich geil. Wir haben ja den Kuh, den Löffel haben wir schon wieder rein, Elina. Aber ich glaube, man kann sich nur einmal den Löffel kaufen. Du bist löffellos sozusagen. Ja, ich bin löffellos. So, wir haben ihn gleich abgebaut. Er ist weg. Und jetzt regeneriert er sich. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Wenn der Kreis voll ist, müsst ihr geliked haben, Leute. Die Zeit läuft, die Hälfte ist rum. Ihr habt noch nicht geliked, ihr müsst schnell liken, sonst explodiert euer Wasserflasche. Ich hoffe, ihr habt geliked, weil jetzt ist es zu spät. Guck mal, wir können uns ein Upgrade jetzt kaufen. Ah, ja, ja, na klar. Ah, guck mal, da wird die Update-Zeit, also sprich die Zeit, die der Kuchen braucht, um sich zu erneuern, um 50% reduziert. Oh, das ist natürlich praktisch. Ja, dann kaufen wir das immer. Zack, so geil. Oha. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nicht den Kuchen geklaut. Ich weiß nicht, ob du die nicht gegessen hast, Selina. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber wir haben ja die Update-Zeit um die Hälfte reduziert. Deswegen, Leute, ist es ja gar kein Problem. Wir hauen den restlichen Kuchen. Oh, jetzt geht es überschnell. Boom. Stark. Ey, wir können hier auch später Monster-Trucks kaufen für eine Million und einen Helikopter und sowas. Jo, wir werden Millionäre durch unser Kuchen-Business. Wir können uns jetzt eine Spitzhacke kaufen. Was das bedeutet, ey, es kostet alles, was wir haben, werdet ihr gleich sehen. Wir kriegen nämlich jetzt kleine Helferlein, die für uns den Kuchen abbauen. Wir müssen gar nichts mehr machen, ne? So, das ist schon sehr, sehr stark. Ne, guck mal, jetzt erwarten unsere Kuchenpunkte steigen, ohne dass wir was machen. Boah, du kannst für eine Million, für zehn Millionen kannst du dir einen Diamantlöffel holen. Und du kannst auch den Kuchen upgraden übrigens, ne? Geht auch. Ja, ja. Aber da steht gar nicht, wie teuer das ist. Okay, da sagt man einfach, dass die Zombies... Ach so, hier, ah. 500 für den Schokokuchen, denke ich. So, dann machen wir mal. Oh, Lina war fleißig. Gut, während ich absolut nichts gemacht habe. Ey, die Preise sind plötzlich viel heftiger. Ja, das kostet plötzlich tausend Sonnen dafür. Das ist ja überkrankt. Warte, 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 warte. Soweit wir 150 haben, hole ich noch mehr Holzspitzhacken-Zombies. Jetzt, 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 jetzt. Pass auf, pass auf, pass auf. Bam. Sind es mehr geworden? Ja. Ja, definitiv. Jetzt haben wir sechs. Die sind ja... Aber die sind so ineinander jetzt irgendwie, ne? Okay, baut mal kräftig ab, meine Freunde. Wir brauchen ein bisschen Geld. Ich gehe mal ganz kurz gucken, was wir uns hier alles kaufen können, weil das ist überkrass. Wir können Helikopter kaufen, Sportwagen, Formel-1-Augen-Monster-Truck. Ein, äh, Über... Also, das sieht auf jeden Fall überheftig aus. Und ein Bagger. Und eine Zeitmaschine? Hm? Hier ist eine O... Oh mein Gott. Hier ist eine Oma. Ey! Beruhigen Sie sich bitte! Was wollen Sie denn jetzt hier? Was ist denn Ihr Problem? Elina, komm mal, du musst die Oma die angucken. Ja! Guck dir die mal an, ey. Die greift einen an. Die ist irgendwie... Eier! Wir sind nicht schnell genug mit dem Kuchen für die, ey. Die meckert eigentlich nur rum. Vielleicht magst du ja auch nicht, dass wir hier neben ihr eingezogen sind. Kannst du haben, kannst du haben. So, die Frage ist, was ist jetzt am klügsten? Hm, Kuchen kostet... Naja, Kuchen kostet gar nicht so viel, ne? Wir könnten aber auch... Na, 1000 ist schon heftig. 300. Ich würde sagen, wir holen uns die Steinspritzhacken. Super. Na, aber warte mal, warte mal. Wenn wir den Kuchen upgraden, sind die Zombies weg. Das stand ja da. Ah! Das heißt, es wäre vielleicht sogar klug, direkt den Kuchen zu updaten erst mal. Ja, ja. Weil wenn wir jetzt die Steine holen für 300 und dann als nächstes den Kuchen für 500, ist ja alles wieder wäsch. 500. Wir gehen rein und kaufen den Schokokuchen. Mh, der sieht geil aus. Der sieht wirklich nice aus. Ey, jetzt gehen wir doppelt. Oh, Einkommen verdoppelt. Roni, das ist nicht schlecht. Alter, guck mal, Ben. Ja? Da gehen solche Stücken ab. Ah, ja stimmt, das ist anders. Ja. Wow. Ah, okay, das ist schon geil. Okay, warte mal, jetzt müssen wir kurz überlegen. Was macht am meisten Sinn? Natürlich die, warte mal, sind die Arbeiter, die sind teurer, die sind safe teurer geworden. Die werden auch teurer. Was ist das denn für ein Quark? Okay, wir haben 300 verdient. Jetzt kommen die Zombies wieder an den Start und verdoppeln unser Einkommen. Jetzt hat die mal schon viel. Jetzt könnten wir eigentlich, na warte mal, wir könnten ein paar Sachen machen. Wir könnten uns für 300 kaufen, dass die Upgrades schneller gehen. Wir könnten auf 1000 sparen für einen Löffel, damit wir den endlich mal haben. Oder für 600, oh, das ist, das wäre schon ein krass Einkommen, ne? Das mal auf 600 und dann die Steinatzen kaufen. Die Stein-Zombies. Oh yeah. Oh, das könnte mit 600, na, na, das reicht nicht. Wir haben nur 500 Zipche. Wie rier, aber jetzt wird es gleich richtig abgehen, Alter. Pass mal auf. 30 brauchen wir noch. Weil jetzt, weil die machen nämlich plus, ähm, 8. Okay, die sind jetzt auch weg. Haben wir sie? Achso, die anderen sind weg, okay. Ja. Die Stein-Zombies. Boah, die sind, glaube ich, auch schneller. Die, wei, nee, ich denke nicht. Aber hier steht Points pro Sekunde, 8. Hm, warte mal, irgendwie steht da auch plus 2. Ja, weil ich schlage. Achso, achso. Ja, okay, das heißt, die machen, ja, ja, okay, die machen 2 Mal pro Sekunde. Das heißt, ach, die davor haben nur 4 gemacht. Doppelt so viel, das haut schon gut rein. Wir müssen auf jeden Fall die Upgrade-Zeit jetzt um 50% verringern, weil das ist, glaube ich, wirklich das, was hier heftig uns gerade was kostet. Dann können wir direkt mal kuchen, wie der nächste Kuchen aussieht. Boah, Alter. Was? Schwarzwälder Kirsch, toll ist das. Ich mag die nicht so gerne. Guck mal, die Update-Zeit wird immer länger von Kuchen zu Kuchen. Man verdient zwar mehr, aber auch Update-Zeit mehr, okay. So, die rasieren jetzt hier gut ab. 200 schon wieder verdient mit der Update-Zeit, mit der geringeren. Mal sehen, wie schnell das jetzt geht. Können eigentlich auch ein bisschen helfen. Und dann als nächstes, würde ich sagen, auf 1000 und dann Löffel-Action. Wir können uns den Holzlöffel kaufen. Den nimmt uns so schnell keiner weg, Elina. Hoffe ich jedenfalls. Weil diese Zombies, die man sich holt, die verschwinden nämlich mit der Zeit wieder. Das ist nämlich ein bisschen die Geschichte an der Sache. Boah, plus 4 mache ich jetzt. Das ist geil. Elina aufzuschlagen, du klaust mir die Plus-4er. Sorry. Ich kann natürlich auch gerne dir den Löffel geben, ne? Kannst du auch ein bisschen. Den Löffel abgeben. Den Löffel abgeben, ja. Ey, man muss ja später so viel Cash verdienen. Wie teuer dieser Diamant-Löffel ist. Das ist ja unnormal. So, wir haben, warte, wir haben noch nicht 300. So, weil wir 300 haben, holen wir uns die holzartzende Roadies. Und so, jetzt holen wir uns den. Bam. Bauen wir jetzt hier schön ab. Wir helfen denen natürlich. Jetzt verdienen wir schon gut Geld. Alle Mini-Zombies bleiben nur 100 Sekunden. Sobald die wechseln, das sollte eigentlich bald sein, weil die sind schon ziemlich lang am Arbeiten, können wir bei Lina... Ja, wir können jetzt nämlich die Eisenatzen kaufen. Die sind nochmal um vier. Junge, die hauen schon... Junge, jetzt eskaliert das aber. Jetzt ist das hier schon am Up-Game. So, aber dann ist es ja eigentlich gar nicht so wild, dass man die Zombies verliert, wenn man den Kuchen upgradet, wenn man in dem Moment einfach gar keinen Aktiv hat, Lina. Haha, klug muss man sein. Ah, die Hebe. So, jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt die Schwarzwälder Kirschstolle, ne? Ja. 2000, was sagst du? Aber nicht, dass unsere Minions da verschwinden, weißt du? Lina, wir haben auch noch keine 2000. Boah, Lina, wir können uns die Diamantatzen kaufen. Diamantatzen? Jetzt schon? Die besten... Aber ich dachte, wir sparen auf den Kuchen. Ne, warte mal, ich zeig dir, wie man das... Aber wir haben doch gleich Zweiter. Ey, der eine liegt. Jo. Das ist mir lieb. Junge, die machen 10 pro Klick. 20 pro Sekunde, Lina. Das geht ab, ey. Ne, ne, das lohnt sich schon, Lina. Vertrauen wir mal. Weil wir müssen auch... Du musst überlegen, wir brauchen so viel Geld, dass wir uns den neuen Kuchen kaufen, dass wir dann auch direkt einen neuen... Also zumindest uns die Holzleute direkt leisten können, ne? Weil die werden dann wahrscheinlich auch teurer. Ja. 600 vermutlich. Also brauchen wir so gesehen 2600. Oh, der Löffel ist kaputt. Der kann kaputt gehen? Das scheinbar, ja. Ja. Sicherlich kann der kaputt gehen. Das ist ein teures Investment. Elina, man kann doch verschiedene Zombies kaufen. Wir dachten, das ging nicht, aber anscheinend... Ich weiß nicht, woran das sagt. Vielleicht hatte ich nicht genug Geld. Man kann sich alle kaufen. Ich hole jetzt die nochmal. Alter, jetzt geht es natürlich... Ja, jetzt geht es ja komplett ab. Oh, nein. Welche fehlen uns? Stein fehlt uns noch. Sobald wir 600 haben, holen wir uns Stein. Bam. Jetzt eskaliert es halt komplett. Jetzt fehlt uns noch Gold, ne? Für 1200. Boah, nee. Wir müssen jetzt unbedingt den Timer holen. Das kostet uns jetzt richtig Kohli, Lina. Wenn der hier updatet. Und da passiert... Oh, Junge, die Zahlen. Das ist schon geil. Zuerst Timer. Oder zuerst Gold. Wobei, so viel kostet der Timer nicht. Weil, guck mal, es wird ja eh... Der Kuchen braucht schon lange, bis der abgebaut wird. Ich hole Gold. Let's go. Bam. Jetzt haben wir alle. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch Doppeldiamant zum Beispiel kaufen. Das geht safe. Safe kann man mehrmals die gleichen kaufen. Das sieht jetzt schon überkrank aus. Hey, alle sind weg. Das heißt, wir können den Kuchen gefahrenlos upgraden zur Schwarzwälder Kirsch. Was ist denn der nächste? Was ist denn der nächste? Oh. Das ist so Hochzeitstorte. 10.000. Okay. Aber geht von 4 pro Hit auf 10 pro Hit hoch. Das schon? Jetzt machen wir 8 pro Schlag hier. Pass mal auf, wie das jetzt eskalieren wird. Die machen jetzt 16 pro Sekunde. Die verdienen so viel Cash. Boah, guck mal. Der hat innen sogar so eine Glasur drin. Ah ja, ja, ja. Im Kuchenstück. So, wir sollten, warte mal, warte mal, wir kaufen auf jeden Fall die hier. Und dann kaufen wir auf jeden Fall das Update. Das sollten wir relativ schnell kaufen, bevor der Kuchen das erste Mal weg ist. Weil... Vorher schmilzt. Weil wirklich komplett ohne Update dauert das 100 Jahre. Und das wollen wir nicht. Und wir kaufen Update. Nice. So. Was kaufen wir jetzt? Jetzt kaufen wir... So, wir haben Stein und Holz. Ich teste mal, ob man mehrmals Holz kaufen kann. Das wäre ja auch eine interessante Sache, oder? Ja, na sicher. So, dann testen wir mal nochmal Holz. Ne, doppelt kann man nicht kaufen. Doppelt geht nicht. Dann müssen wir warten auf 1800 für Eisen. Und wir gehen rein mit den Eisenatzen. So. Die verdienen jetzt 24 die Sekunde. Mhm. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, als nächstes können wir das upgrade. Wir könnten langsam auch mal einen besseren Löffel anvisieren. Ich kaufe den rosa Prinzessinnen-Kuchen. Die würde ich jetzt gerne essen, bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. So, dann kaufen wir mal direkt Dittich hier. Und wir haben schon ein bisschen vorgesorgt. Können wir direkt beides kaufen. Man macht halt immer mehr Gewinn. Das ist krass. Beim letzten Kuchen... Wenn der Rainbow jetzt wäre. Oh, vielleicht. Ah, nee. Beim letzten haben wir nämlich erst bei Diamant 1000 Gewinn gemacht. Jetzt machen wir aber schon mit Stein 1000 Gewinn. Mit Diamant machen wir sogar 2500 Gewinn. Das lohnt sich alles immer mehr. Und ich muss auf jeden Fall... Wartet mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das machen, ne? Weil bevor das Update kommt, muss ich auf jeden Fall 2000 ausgeben. Vielleicht hätten wir aber 4500 vorne. Und dann könnten wir... Wir haben die Hälfte abgebaut. Das sollte sich eigentlich ausgehen, würde ich sagen. Wir gucken noch. Jaja, das reicht auf jeden Fall. Wir gehen für 5000, 4500 in die Iron Atzen rein. Bam. Und jetzt müssen wir wirklich, bevor der Kuchen alle ist, wäre es gut, wenn wir die 2000 hätten und ich mir da das Upgrade kaufen kann. Weil ansonsten verlieren wir da einen Haufen Zeit. Aber das sieht sehr gut aus. Habe ich richtig gerechnet, Elina. Ist doch spitze. Nee, warte. Wuhu! Äh? Ja. Nice. Super, hat geklappt. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben und haben jetzt ein bisschen rumgetrickst. Weil normalerweise kannst du da einen Diamant Atzen haben. Wir haben ein bisschen gecheatet. Und jetzt haben wir, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viele. Aber es müssen arsch viele sein. Es müssen 30 sein oder so. Das heißt, wir haben ausgegeben... Oh mein Gott. Alter, wir haben übelst viel ausgegeben. Wir haben 30... Nee, wir haben 40k ausgegeben oder so. Haben jetzt aber auch schon wieder 40k. So einfach. Geh da spielen, die Manufone. Wir haben nun der 1000 verdient und können uns... Oh nee, den nächsten können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Aber den können wir uns leisten. Boom. Hochzeitstorte. Und wir gehen auch direkt rein mit... Ey, wir können uns direkt einen Diamant Atzen leisten. Let's go. Wir müssen die Updates auch kaufen. Alter, die geben 100... Warte mal, die geben 250 die Sekunde jetzt, die Lina. Boah, guck mal hier von innen den Kuchen wieder an. Boah, schau. Der sieht geil aus. Wir haben die beste Spitzhacke, das beste Upgrade. Den besten Löffel. Lina hat den jedenfalls in der Abend gehabt. Wir haben auch einen sehr geilen Kuchen. Aber wirklich, Leute, die Kuchen werden so teuer. Lass mal kurz gucken, was wirklich der beste Kuchen im Spiel ist. Wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Ja, 5 Millionen. 5 Millionen, so eine übelste... 5.000 pro Klick. So eine Major-Hochzeits... Wow. Das ist eine tolle, Elina. Ich hoffe, euch hat der Kuchen-Klicker gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewerbung da. Abonniert den Kanal kostenloser Mente. Ich würde mich sehr freuen. Bis morgen, euer Benzo. Ciao. Tschüss.